Hey Leute, herzlich willkommen! Wir spielen Dead by Daylight und die schwarzen Balken oben und unten sind jetzt weg! Jetzt, ja. Denn wir spielen in 21 zu 9, was bedeutet, dass Animationen leider immer noch in 16 zu 9 sind. Aber umstellen kann ich euch das jetzt nicht direkt, denn Dead by Daylight erlaubt es irgendwo nicht, die Auflösung umzustellen, sondern nimmt immer die Auflösung des Bildschirms. Bisschen schade. Aber was soll's. So. Überraschung! Nummer 1 haben wir gefunden. Aber sie ist natürlich an einem Ort. Ah, gut, hab sie noch erwischt, wo sie gut an uns vorbeilaufen und uns trollen kann. Huch, was hat sie denn gemacht hier? Hm, ich höre und sehe sie nicht mehr. Was soll denn das? Da vorne ist sie. Gut. Einmal auf dem Aussichtsplattform. Und dann. Oh, verdammt. Doch, falsche Seite. Hallo. Hab dich. Schön. Sie hat akzeptiert, dass ich sie hab. Und dann holen wir einen Steamer und suchen mal den nächsten. Da vorne ist er schon. Da vorne. Wir sehen, da drinnen macht die mal grad den Generator. Sie hat uns also davon abgelenkt. Da vorne haben die schon den Generator fertig. Cranker shit. Zack. Okay. Nummer 1 rennt. Sie will die andere Person retten. Kann sie machen, aber ich werde auf jeden Fall danach dich verfolgen. Du mit dem Werkzeugkoffer. Zack. Oder drückt beide. Komm. Ich hol die auch noch mit. Ich nehm die auch noch mit. Was soll denn der Geiz? Ich will beide aufhängen. Ah, schade. Das hat nicht geklappt. Hier liegt die andere. Hängen wir sie erstmal auf. Denn sie hat einen, ähm, ja, kann sich heilen. Deshalb will ich die eigentlich ungern, ähm, frei rumlaufen lassen. Weil sonst war mein erster Schlag auch sinnlos. Lol. Macht da jemand wirklich grad diesen Generator? Ne. Gut. Die haben sich gegenseitig runtergeholfen. War aber auch irgendwo klar. Hauptsache der Generator ist beschädigt. Und ich sehe sie laufen nach da hinten. Direkt vorm Eingangstor. Da läuft sie nach rechts. Ah, da laufen beide. Sehr schön. Und beide sind tatsächlich auch verletzt. Nummer 1 liegt. Wo ist Nummer 2? Da läuft sie. Anni, du bist gar nicht verletzt, sehe ich gerade. So, jetzt bist du verletzt. Verfolgen wir dich noch was und weiter. Lassen wir die andere erstmal liegen. Und Nummer 2 haben wir auch. Sehr schön. Oh, nur mal, also eine Person ist auch schon verletzt. Das heißt, so gesehen ist hier irgendwo noch eine andere Person gerade, die hier mit als dritte Person herumläuft. Was so darin bedeutet, dass die andere Person jetzt gleich schon geheilt, gerettet werden sein könnte. So, das kann eine Fall gewesen sein. Ne, alles gut. Das Problem ist nämlich immer, wenn man... Boah, jetzt sind die alle weiter im Feld. Ne, da unten ist der Keller. Komm, wir nicht in den Keller. Ähm, das Problem ist halt immer, wenn man unter einer Palette steht, während die umgeworfen wird. Dann lässt man die Person automatisch fallen. Und das war gerade so, dass sie jetzt nicht gewartet hat. Aber da war zum Beispiel keiner, der die Palette umgeworfen hat. Das heißt, alles ist gut. So, klettern wir hier mal durch und machen den Generator hier Schrott. So, die ist im Keller. Ich will den Keller jetzt natürlich auch nicht bewachen, aber es ist sehr klar, dass die gleich Hilfe bekommt. Ich gehe nochmal schnell unten schauen. Die Zisch ist da alles chillig. Die haben sich jetzt erst mal hier geheilt. Oder eine Person hat sich selbst geheilt. Ich weiß es nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass die irgendwo in der Ecke sind, sich gerade gegenseitig noch heilen. Da rennt jemand rein. Alles klar. Gut. Alle sind geheilt, tatsächlich. Überraschung. Was ist denn die andere Person? Hm. Jetzt ist so Zeit hier, ne? Nummer 1. Und sie ist im Schrank. Das war blöd von dir. Weil damit habe ich einen zweiten Schlag. Und kann dich aufhängen. Das ist eine andere Person als eben. Trotzdem kann die eigentliche Person, die gerade eben gerettet wurde, ja auch nicht weit sein. Ist das vielleicht in dem Schrank? Nee. Nein. Gucken wir mal hier. Da ist sie doch. Ah, sie hat sich in der Zeit selbst geheilt. Oh, wow. Während ich die andere verfolgt habe, meinte ich, die ist nicht einfach selbst heilen zu können. Das war jetzt auch nicht schlecht. Die ist hier raus. Die hinten lang. Nee, sie ist zickzack gelaufen. Oh Gott. Wo ist sie hin? Halt sie sich schon wieder selbst hinter irgendeinem Fels? Die ist tot. Sehr schön. Nummer 1 habe ich. Nummer 2 habe ich verloren. Ich glaube es doch nicht. Okay. Die haben aber schon drei Generatoren. Die kann ich sie verloren haben. Oh, der klingt relativ weit. Da war auch noch mal jemand dran zu erheben. Oh, wow. Ist ja toll. Die war da wahrscheinlich bis gerade dran. Krasses Ding. Und ich bin einfach so ein blind Fisch. So. Damit habe ich sie. Sehr schön. Oh, die kann schnell krabbeln, sehe ich gerade. An dem Haken ist jetzt noch keiner gestorben. Das heißt, der Haken ist auch nicht da. Okay. Haben wir schon gesehen. Hier ist direkt eine andere Person. Ich habe hier irgendwie diese Ecke gefühlt noch gar nicht verlassen. Die kommen alle zu mir. Finde ich schön. So. Wo bist du? Ich habe dich doch gesehen. Kann ich auch wieder beschädigen. Sehr schön. Wo bist du hin? Wo bist du lang? Sehr schön. Zack. Da habe ich sie. Die andere Person wurde trotzdem wieder befreit. Das heißt, es sind wirklich gerade alle hier in dieser Ecke. Es ist so unglaublich. Aber egal. Bringen wir die diesmal in den Keller runter. Weil das war eigentlich ein guter Ort. Und dann suche ich die andere nochmal. Finde ich auch schön, dass wir alle im Keller bleiben. Was nicht so schön ist, ist auch nicht direkt ein Werk zu passen. Ich würde ihn gerne weg haben. Oh. Die ist uns tot. Die hängt schon zweimal. Das tut mir natürlich jetzt leid. Okay. Die eine Person hat die andere runtergeholt. Das heißt, ich wette diesen beieinander. Die haben gerade den Generator da fertig gemacht. Es fehlt jetzt nur noch ein Generator. Und ich bin mir sicher, die werden jetzt nicht in dieser Ecke bleiben. Das wäre sehr dumm von denen. Den Generator haben die auch schon. Beide haben sich hochgeheilt. Der ist auch schon. Also die haben hier fast alle Generatoren in dieser Ecke. Das heißt, sie müssen wahrscheinlich die unten nehmen, oder? Irre ich mich. Ich meine, wenn die hier alle haben, dann müssen die in die Richtung. Die habe ich noch gar nicht gesehen, oder? Du mit der Taschenlampe. Du bist mir irgendwie neu. So. Ich dachte, du wirst durch mich durchgerannt. Gut. Wirst du dir jetzt gleich verwenden, die Taschenlampe. Ich muss auf jeden Fall aufpassen. Du rennst auf jeden Fall blöd für dich. So, weil ich habe dich. So, heben wir dich mal hoch. Dann haben wir dich wieder in diese Ecke. Ich glaube es einfach nicht mehr. So, und ich bringe dich auch direkt zu diesem Haken. Weil den kenne ich mittlerweile schon, ne? Alt bewertet. So. Okay, wo ist die andere Person? Die kann hier auch nicht mehr weit sein. Somit man mich hier nicht abfacken kann, mache ich hier schon weg. Ausgänge sind offen. Beide sind auch direkt hier in der Ecke. Das gefällt mir tatsächlich. Wirst du die Person retten oder nicht? Oder ich wette doch mal schon mal einen Ausgang auf, ne? Um sie dann zu retten und rauszubringen. Aber den scheinbar nicht. Oh, so rettest du sie zuerst. Da lauft ihr. Gut. Oh, wow. Ich habe es verkackt. So, und du dachtest gerade jetzt einen Bug. Ach ja, weil ihr den letzten Generator gemacht habt, sind wir jetzt schon tatsächlich im Endgame. Glaube ich gerade, wenn ich es richtig sehe. Und ich kann euch mit einem Schlag direkt auf den Boden hauen, ohne dass ich euch zweimal treffen muss. Gut. Ich hoffe, du hast keinen Perk, dass du dich selbst befreien kannst. So, da hinten. Das Tor ist tatsächlich noch zu. Aber ich glaube, die andere Person ist in die Richtung auch gefreut. Geflüchtet. Weshalb ich es nicht verstehen würde. Was zum Teufel. Und wenn sie jetzt zum anderen geht. Oh, da hinten. Das ganz kleine Rot, was man da hinten sieht, ist mein Totem. Mit diesem Totem ist es... Oder beide sind noch zu. Oder sucht ihr die... Die Dings? Sucht ihr die Falt hier schon? Hm. So oder so. Mit diesem Totem, was ich hier habe. Was da hinten so weit weg ist. Ist es halt möglich, dass ich die mit einem Schlag runter haue. Da ist sie doch. Oh Gott. Das tut mir leid für dich. Du bist bei mich jetzt zwar geheilt. Aber die Heilung klingt ja halt nichts wegen meinem Ding. Das Einzige, was dir jetzt noch wirklich helfen kann, ist, wenn direkt vor dir die Falt hier spawnt. Ansonsten hast du verkackt. Oh wow. Da liegst du auf dem Boden. Sehr schön. Ich glaube, der Haken da draußen, der hat immer noch keinen umgebracht. Sind jetzt alle wirklich im Keller gestorben? Ich glaube es eigentlich fast nicht. Ich bringe mich auf jeden Fall jetzt wieder zu diesem Haken, den alle kennen. Und damit habe ich als Killer diesmal gezeigt, wo es lang geht. Sehr schön. Alle erwischt. Und das sogar noch mit Perks, die nicht ganz so unfair sind. Also ich habe schon mal Perks, Addons, keine Ahnung genau, wie die heißen. Ich hatte auch schon mal Runden, wo ich dann mit Sachen gespielt habe, dass sie nicht hören, wenn ich die Glocke läute. Jetzt wissen die nicht, von wo sie kommt, aber sie haben sie gar nicht gehört. Und gleichzeitig noch den Perk, dass ich weiß, wo die Überlebenden sind. Alter, und wenn ich weiß, wo die Überlebenden sind, ey, dann ist das so ein einfaches Spiel. Also zumindest, ich sehe sie, wenn sie in der Nähe von irgendwie zwölf Metern sind. Und sobald einer am Haken hängt, dann kommen die anderen ja auch. Heißt das nicht, dass ich am Haken dann direkt warte. Aber, ähm, wow, das kommen halt eh direkt. So, was fehlt hier? Nähe zu festgehaktem Überlebenden. Minus zwei, es war klar, ja. Ich war halt ganz halt wirklich in einer Ecke. Minus zwei, es war halt immer noch nicht so viel. Aber der Rest, ja. Ja, Brutalität. Zugefügte Verletzungen, Hakenstatus der Überlebenden. Also es ist schon eine coole Runde gewesen. Ey, hätte ich jetzt das auch noch auf Road gehabt, wäre ich jetzt ein bisschen weiter noch jedes Mal von dem weggelaufen. Leute, diese Runde wäre so ewig gewesen. Aber sie war auch so ewig genug. Also, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ähm, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken, zu teilen und so weiter. Und ciao. Also, wir sehen uns an. Vielen Dank.